Bist du auch einer dieser Menschen, die immer wieder die gleichen Fehler machen? Du nimmst dir vor, regelmäßig Videos zu erstellen, aber dann kommt etwas dazwischen und du kommst einfach nicht mehr dazu. Du möchtest mehr Videos erstellen, aber es scheint einfach nicht genug Zeit in deinem Tagesablauf zu geben. Deshalb machst du nur unregelmäßig Videos. Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. In diesem Video zeige ich dir drei einfache Tipps, mit denen du mehr Videos in kürzerer Zeit erstellen kannst. Und am Ende habe ich auch noch einen Bonustipp für dich, der dir besonders viel Zeit erspart. Viele Menschen wissen nicht, wie sie schneller Videos erstellen können. Sie planen immer nur ein Video und verbringen zu viel Zeit damit, dieses eine Video zu produzieren, weil sie sich auf nur ein Video fokussieren. Aber wenn du regelmäßig Videos posten willst, kommst du jedes Mal unter Druck, weil du jetzt wieder ein Video erstellen musst und fängst wieder von vorne an. Die Lösung dafür ist die Batchverarbeitung. Die Batchverarbeitung ist eine effektive Methode, um mehrere Videos gleichzeitig zu erstellen. Und zwar kannst du sie anwenden beim Planen, beim Aufnehmen und auch bei den Thumbnails. Wenn du zum Beispiel gleichzeitig mehrere Videos planst oder die Keyword-Recherche machst, dann sparst du eine Menge Zeit, weil du in einen Flow kommst und das Ganze einfacher wird. Auch bei den Thumbnails kannst du Zeit sparen, indem du mehrere Thumbnails gleichzeitig erstellst, weil du sie einfach kopierst, neue Texte hinzufügst. Und das geht viel schneller, als wenn du jedes Mal wieder bei Null anfängst. Durch die Batchverarbeitung kannst du wirklich mehr Videos in kürzerer Zeit erstellen. Und jetzt möchte ich dir das noch etwas konkreter erklären mit meinen Tipps. Nutze die Batchverarbeitung beim Planen und zwar bei der Keyword-Recherche und auch beim Videoskript erstellen. Wenn du einmal Keyword-Recherche anfängst, dann recherchiere nicht nur ein Keyword, sondern gleich drei, vier oder fünf, für die du in Zukunft Videos machen könntest oder machen willst. Dann hast du nämlich schon eine Auswahl von Keywords und musst nicht jedes Mal bei der Keyword-Recherche anfangen, wenn du ein neues Video brauchst. Zur Planung gehört auch die Videoskript-Erstellung. Und ein Video muss ja einen bestimmten Aufbau haben, ein Hook, eine Überleitung, eine Lösung und ein Call-to-Action. Dazu habe ich schon früher Videos gemacht, die verlinke ich dir hier oben. Und wenn du dir diesen Aufbau einmal angewöhnt hast, dann geht es auch viel schneller, das gleich für zwei, drei Videos zu machen. Ich habe ja eine App geschrieben, die mir automatisch Videoskripte erstellt. Das erfährst du auch in dem anderen Video, wie das geht. Wenn du auch solche automatisch erstellten Videoskripte haben möchtest, dann melde dich einfach bei mir und buch dir so eine Session, weil wir können in einer Stunde fünf Videoskripte erstellen. Das erspart dir enorm viel Zeit. Der zweite wichtige Punkt ist, nutze die Batch-Verarbeitung auch beim Aufnehmen, weil du musst ja jedes Mal deine Kamera einstellen. Du musst deine Settings verändern. Du musst dich hübsch machen für die Kamera. Und dann musst du das nicht jedes Mal neu tun, sondern du weißt, jetzt stimmt das Setting, jetzt stimmt das Licht, meine Erscheinung stimmt, der Lippenstift passt oder was auch immer. Du veränderst für deine Videos und du bist fertig und kannst direkt loslegen. Und wenn du einmal in den Flow kommst und ein Video aufgenommen hast, dann wirst du merken, das zweite Video geht viel schneller. Und wenn du sagst, ich kann aber nicht vier, fünf Videos am Stück aufnehmen, ich habe noch nicht die Routine, dann nimm dir einfach vor, beim nächsten Mal zwei Videos zu machen und beim übernächsten Mal drei Videos. Und dann mach in Zukunft immer drei Videos, weil es so viel schneller geht und weil du dann auch immer Reserve-Videos hast, wenn du mal krank wirst, wenn du in Urlaub gehst oder viel zu tun hast, die du einfach hochladen kannst. Der dritte Punkt ist die Batch-Verarbeitung bei Thumbnails. Wenn du einmal dein Programm geöffnet hast, ich erstelle meine Thumbnails mit Canva, dann ist es viel einfacher, gleich zwei, drei, vier Thumbnails zu erstellen, weil ich auch dann im Flow drin bin und dann habe ich sie alle fertig, wenn ich meine Videos veröffentlichen will. Und muss nicht bei jedem Video einzeln anfangen. Ja, und jetzt kommt mein Bonustipp, der dir besonders viel Zeit erspart. Wenn du das nämlich vorbereitet hast und deine Videos aufgenommen hast, dann kannst du auch delegieren. Dann kannst du dir jemanden suchen, der deine Videos bearbeitet. Ich bearbeite meine Videos ja mit Type Studio über den Text und der muss manchmal korrigiert werden, weil das Programm nicht jedes Fremdwort erkennt. Ich schneide dann auch bestimmte Teile raus, auch die Pausen. Und das lasse ich dann von meiner virtuellen Assistentin machen. Ich muss das gar nicht mehr selber machen, sondern ich delegiere das an sie. Und das erspart mir enorm viel Zeit. Es muss gar nicht teuer sein, einen virtuellen Assistenten dafür zu finden. Schau einfach auf Fiverr oder im Internet oder vielleicht hast du auch schon jemanden, an dem du das delegieren kannst. Weil dann wirst du wirklich noch unabhängiger für die Videoproduktion. Schau dir unbedingt auch diese Videos an zu diesem Thema. Und wenn dir diese Tipps gefallen, abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Eure Sabine.